Musik Ja, also unser Stand, das ist der Stand von der Generation Riesling. Diese Plattform bietet uns das Deutsche Weininstitut hier auf der Weinmesse und wir sind alle Winzer aus deutschen Anbaugebieten, Jungwinzer unter 35 und wir präsentieren uns hier auf unsere eigene Art und Weise, nur eben im Team, an einem Stand, an einem langen Tisch, also nicht jeder für sich, an einem eigenen Counter. Und das Deutsche Weininstitut fördert das Ganze, wir machen Verkostungen mit denen zusammen am Stand und ja, jetzt freuen wir uns einfach auf eine tolle Messe, auf viele neue Kontakte und natürlich auch auf die bestehenden Kontakte, um diese in Zukunft zu pflegen und den deutschen Wein und die junge Generation in Zukunft auch weiterzubringen. Musik